Es ist ein Austausch unter Nachbarn. Nicht im geografischen Sinne, sondern im Sinne gemeinsamer Interessen und Werte. Die neue Lateinamerika- und Karibik-Initiative von Außenminister Heiko Maas setzt auf Dialog und Freundschaft über Kontinente hinweg. Dabei geht es um die großen Zukunftsthemen. Es gilt, gemeinsam neue Impulse, Ideen und Vorschläge zu finden, um globale Herausforderungen multilateral anzupacken. Für uns gilt, wenn wir mitreden wollen, dann brauchen wir Verbündete. Das gilt umso mehr bei den großen globalen Phänomenen wie dem Klimawandel, der Digitalisierung oder auch der Migration. Niemand von uns löst diese Herausforderung noch alleine. Deshalb müssen wir enger zusammen. Wir müssen Nachbarn werden in dieser neuen Welt. Lateinamerika und die Karibik stehen hoch oben in der Agenda der deutschen Außenpolitik. Erst vor kurzem war Heiko Maas in Lateinamerika unterwegs, um die Beziehungen zu vertiefen. Zu einer stabilen und sicheren Gesellschaft soll dabei auch das neu gegründete Frauennetzwerk UNIDAS beitragen. Eine gemeinsame Kommunikationsplattform zwischen Lateinamerika, der Karibik und Deutschland für mehr Chancengleichheit für Frauen in der Gesellschaft. UNIDAS! Ohne die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen schwächen wir insgesamt unsere Durchsetzungskraft. Mehr noch, wir schwächen unsere Demokratie. UNIDAS somos más fuertes. UNIDAS in América Latina können sehr viel erreichen. Neben Geschlechtergerechtigkeit fokussiert die Lateinamerika- und Karibik-Initiative auch Felder der Politik und Wirtschaft. Rechtsstaatlichkeit, Sicherheit, Digitalisierung und Korruptionsbekämpfung. Deutschland möchte fortan gemeinsam mit Lateinamerika und der Karibik multilateral in die Zukunft gehen. Ein Vorhaben, das auch bei den Partnern positiv ankommt. UNIDAS in Amerika und Lateinamerika Heute ist die Initiative zwischen Alemanya und Lateinamerika und Lateinamerika. Ich sehe das Zukunft als etwas sehr promethender. Der Multilateralismus ist für uns sehr wichtig. Wir waren alle in einer Konferenz, die sehr wichtig ist für den Dialog. Ich denke, dass die disponibilität das beste ist. Denn wir sind alle mit den Händen abiert. Und Alemanya ist ein Land, die sehr nach vorne und sehr nach vorne sind. Gemeinsam multilateral und geschlechtergerecht netzwerken. Unter Partnern. Unter Nachbarn. Das verspricht die Lateinamerika- und Karibik-Initiative. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017